Er gewann 2010 die Gesamtwertung in der Tourenwagen-Serie DTM auf Mercedes-Benz und startete von 2011 bis 2013 für Force India in der Formel 1. Jetzt aber ist er zurück in der DTM. Der ehemalige DTM-Champion des Jahres 2010 kehrt in dieser Saison 2014 mit Mercedes-Benz in diese DTM zurück. Der Schotter verstärkt damit den Fahrerkader von Mercedes-Benz und bereitet sich derzeit bei seinen ersten Testfahrten im Mercedes-AMG DTM C Coupé auf sein Comeback vor. Die DTM-Champion des Jahres 2010